Was ich übrigens interessant, aber auch teilweise gut finde, ist, die haben zwar wahrscheinlich auf einen Gegnertypen verzichtet, also diese komischen Sekten, aber dafür haben sie andere Stellen irgendwie erweitert. Und meine, dieser Hof, der war schon irgendwie anders. Die Stelle, dass man Ashley steuert, scheint nicht mehr vorhanden zu sein, weil wir haben sie ja jetzt wieder, wir brauchten sie auch nicht retten. Die, die verweilte dort, wo wir, das ist irgendwie, teilweise merkwürdig, dass die Feinde nicht auf die Idee kamen, sie mal zu entführen, in der Zeit. Ich hab immer noch nicht den Schlüssel dazu. Bekomme ich den bald? Gute Neuigkeiten, Partner. Hab richtig gutes Werkzeug an Land gezogen. Damit kann ich deine Waffen ab jetzt noch fieseren Modifikationen verpassen. Gegen die entsprechende Bezahlung, versteht sich. Sag Bescheid, wenn du daran interessiert bist. Du hast den Willkommen. Ich hab nur die feindste Wache im Angebot, Fremder. Mh, ja, ja. Stirn mir nicht weg, alter Mann. Erstmal zum Schießstand. Hab ne neue Schießübung vorbereitet, nur für dich. Wenn du Lust hast, probier's doch mal aus. Nimm die Maschinenpistole, um kurzen Prozess mit den Zielscheiben zu machen. Wirst aber mit einer geringeren Präzision leben müssen. Drei, zwei, eins, die Klosch. Highscore, wir kommen. Nachladen. Nachladen. Einen hab ich nicht erwischt. Ne, drei. Respekt, Leon. Probleme, eine Scheibe zu treffen? Dann versuch's mit einem Positionswechsel. Der richtige Blickwinkel ist das A und O-Partner. Drei, zwei, eins, Blick los. Oh, krass, drei auf einmal. So geht das. Du bist ein Künstlerpartner. Hervorragender Schuss. Nachladen. Drei, flach, kill. Unfassbar. Nein, doch nicht die. Ist das dein Ernst? Feuer. Oh. Oh. Klasse. Deine Flinte deckt mit einer einzelnen Patrone einen großen Bereich ab. Da bekommst du was für dein Geld. Oh nein, da muss man wieder wechseln und so, ne? Bist echt voll der Profi, hä? Huh? Bist echt voll der Milniere. Probleme, eine Scheibe zu treffen? Dann versuch's mit einem Positionswechsel. Der richtige Blickwinkel ist das A- und O-Partner. Drei, zwei, eins. Zeig, was du kannst! Fehler! Sieht ihr gar nicht ähnlich? Oh, traumhaft! Nachladen! Ist das dein Ernst? Was ist das? Drei-Fahr-Kill! Sehr gut! Drei-Fahr-Kill! Sehr gut! Doppel-Kill! Unfassbar! Ah! Ah! Ich bin mal nah! So, so, fast besser als erwartet! Oh, Mann! War aber ganz knapp nah! Naja! Oh, die hat sich da drauf gesetzt! Wie süß! Gute Arbeit. Gute Arbeit. Hattest du Spaß? Die Arbeit ruft. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Oh. Ich weiß nicht, ob ich die kunstvolle Kette hier, ähm, mit vier roten Dingern vollkrieg, den versuche ich mitzumaraktenvoll zu kriegen. Ich habe nur die feinste Waffe im Angebot, Fremder. Oh, ich spare noch. Wie du meinst, Fremder. Haha, das passt sogar. Oh, Kopf anpassen. Ne, ich habe aber noch was zu verkaufen. Und zwar habe ich ja zwei davon. Danke. Komm jederzeit wieder. Nimm mal doch. Und da kommen wir. Und da kommen wir. Das war's für heute. Ah, ich seh schon. Ich finde ihre Hilfe noch gar nicht mal so schlimm. Wie jetzt bei anderen BSG-Charakteren. Okay, was willst du von mir? Teil der Burg wird von Ratten überrannt, die fröhlich all die kostbaren Bücher annagen. Aber diese Ketzer scheren sich natürlich einen Dreck darum. Mach bitte jemand was gegen dieses Ungeziefe, bevor es spät ist. Große Halle bis Bibliothek. Warte mal, was? Na, das Bücherbuchbinderei, das ist nicht Bibliothek. Ich liebe diese Nebenmissionen, die sind cool. Eine große Halle, aber naja, das ist wahrscheinlich... Ein Stockwerk höher. Okay. Das war's. Warum bist du doch außer Atem? Ich gebe dir, ich habe doch, du hast doch noch keinen Grund dazu. Es sind auch zwei Medallons. Der Speisesaal. Oh, nee. Total andere Aufbau in diesem Spiel diesmal. Eine Schlangenstatue. Oh, der hat den Kopf. Den brauchen wir. Aber... Komm her! Dämliche Ratte. Da fällt mir aber ein... Das ist ein... Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Stirb mir da draußen nicht weg! Haha! Ashley, wenn du eine Ratte siehst, schrei ganz laut! Da können wir nicht rein? Verschlossen! Tschüss. Ich will mit dem Spielwerb. Hier! Hier. Hier! 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 Lass hier keinen blinden Typen rumlaufen, bitte. Und das im Käfig. Wo ist die Ratte? Tut mir leid, Ratte. Hä? Wir müssen uns jetzt richtig... Okay, das ist cool. Aber wo müssen wir uns hinsetzen? Ah! Guck mal da. Dark, dein Freund. Äh, ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Oh. Das überlasse ich dir. Jetzt flirtet er auch noch. Darmaleon. Okay. Aufschreiben. Hm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist mein Sitzplatz. Ich suche erst mal ihren. Das war... Das habe ich ja schnell gefunden. Das war ja auch einfach. Aber ohne Gegenwehr? Das war ja... Aber hey, man kann auch mal Rätsel haben, ohne dass man jetzt angegriffen wird. Ich muss sagen, er sammelt das Spiel sogar Pluspunkte mit. Ohne Scheiß. Es hat mehr Rätsel als jetzt das Original. Das Original war fast nur Action-Geballer. Und Anstrengung kommt null. Na, dann tun wir das doch mal hier drauf. Interessant. Da ist ein Relief von der Wand. Nein, hier ist ein Ritter. Ich habe noch eine Blend-Granate. Oder so ist es nicht. Oder so ist es nicht. Oder so ist es nicht. Galerie? Okay. 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 Das ist nicht hinter mir. Das wäre jetzt cool, wenn man nur Rätselräume hätten. Natürlich gibt es keine Rätselräume hier. Okay. 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 Ich will jetzt in. Whoa. Oh nein. Das ist diese Stelle. Wenn sie diese ist. Ich kann mir nicht mehr mitnehmen. Das ist nicht. Wir gehen erstmal zu den Rittern. Die sind einfacher. glaube ich, hoffe ich obwohl ich will nochmal unten gucken beim Händler gab es noch einen anderen Weg, oder? obwohl ich glaube, da konnte man gar nicht lang doch oh sala de audiencia also audienzsaal warte mal was? wir kehren dahin zurück? dir wird in dem Ding doch nicht schlecht, oder? wirst du gleich sehen hm 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 ja 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 das finde ich mega cool aber ja 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 aber cool dass man die möglichkeit hat mit dieser bahn schloss ist auf jeden fall komplett wieder komplett anders aufgebaut ich kenne die orte aber die sind diesmal komplett durcheinander was ich cool finde